Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den Kana-News aus dem September. Das Produkt des Monats kommt diesmal aus dem Hause der Stoner-Quelle. Danke für die Unterstützung. Ja, zunächst News aus Deutschland. Krefeld. In Krefeld wurden zwei Männer festgenommen, nachdem von der Polizei fast 2000 Cannabispflanzen sichergestellt wurden. Diese Entdeckung steht im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein Trio aus Rotterdam. Die Verdächtigen sollen als Betreiber eines Grow-Shops in Kleve agiert haben und stehen im Verdacht, nicht nur Ausrüstung zum Anbau von Cannabis, sondern auch Unterstützung beim Aufbau und der Inbetriebnahme von Cannabis-Plantagen angeboten zu haben. Dieser Fall ist Teil einer größeren Ermittlung, in dem im Rahmen seit Mai insgesamt 18 Großplantagen in ganz Deutschland aufgedeckt und 41 Personen insgesamt festgenommen wurden. Der geschätzte Gesamtwert der beschlagnahmenden Cannabis beläuft sich auf 10 Millionen Euro. Ja, und weiter zur Frankfurter Cannabis-Studie, die wohl nun doch ausgewertet werden konnte. Ja, das Drogenreferat hat Ergebnis seiner Umfrage unter der Frankfurter Bevölkerung zum Thema Cannabis veröffentlicht. Hintergrund sind die geplanten Änderungen der Bundesregierung bezüglich des Umgangs mit Cannabis. Ein erster Gesetzesentwurf sieht die Entkriminalisierung und die Erlaubnis zum Eigenanbau vor. Frankfurt hat Interesse bekundet, Modellregion für die kommerzielle Lieferkette zu werden. Ja, und die Befragung ergab, dass 65 Prozent oder 65,8 Prozent, genauer gesagt, der Frankfurter Befragten eine Legalisierung von Cannabis befürworten. Die Zustimmung ist bei Männern, jüngeren Personen und Menschen mit höherem Bildungsabschluss größer. Eine deutliche Mehrheit der Befragten spricht sich für ein robustes Hilfesystem und Präventionsmaßnahmen aus, wobei er über die Hälfte nicht weiß, wo sie Hilfe bei problematischem Cannabiskonsum finden könnten. Ja, trotz Bedenken hinsichtlich eines möglichen Anstiegs des Cannabiskonsums nach einer Legalisierung zeigen die Daten keinen Hinweis auf ein solches Szenario. Also drei Viertel der Befragten würden ihr Konsumverhalten nicht ändern. Dr. Arthur Schrörs, der Leiter des Drogenreferats, betont die positiven Aspekte einer Entkriminalisierung. Darunter die Abschaffung eines Tabuthemas, was die Prävention und den Gesundheitsschutz fördern könnte. Leider denkt Hamburg da ein bisschen anders, denn die Hansa-Stadt äußert Bedenken gegenüber dem vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten Gesetzes zur Legalisierung. Hamburgs Innensenator Andi Grote befürchtet, dass der illegale Handel und die damit verbundene kriminellen Strukturen durch das Gesetz nicht eingedämmt würden. Als Grund nennt er unter anderem den gesetzlich reduzierten Wirkstoffgehalt, die höheren Preise für legal hergestelltes Cannabis. Grote kritisierte zudem die praxisfernen Vorgaben zu Anbau, Handel und Konsum, die einen neuen Überwachungsapparat und höheren polizeilichen Aufwand erfordern würden und befürchtet sogar eine Verschlechterung der Situation. Ja, was ist eigentlich alles in unserem Cannabis enthalten? Eine neue Studie zeigt, dass Cannabiskonsumenten höhere Schwermetallwerte in ihren Körpern haben als Nichtkonsumenten. Der Studie zufolge halten Cannabiskonsumenten 27% höhere Bleikonzentration in ihrem Blut und 21% höhere Konzentration in ihrem Urin. Außerdem sind die Cadmium-Werte in ihrem Blut um 22% und in ihrem Urin um 18% höher. Es scheinen klare Ergebnisse zu sein und die Frage lautet, ob das wohl nach der Legalisierung sich ändert. Ja, diese Schwermetalle sind aufgrund ihrer Gesundheitsrisiken wirklich besorgniserregend. Cadmium, das mit Nierenerkrankungen und Krebs in Verbindung gebracht wird, kann sich im Laufe der Zeit im Körper anreichern. Schwermetalle können die Zellfunktion einschränken und stellen ein Risiko für Krebs und chronische Krankheiten dar. Schwermetalle gibt es nicht nur bei Cannabis, also auch Tabakraucher sind davon betroffen und mit den Giftstoffen konfrontiert. Weiter nach Österreich. Ja, eigentlich hat sich die FPÖ stets gegen jegliche Form der Cannabis-Legalisierung ausgesprochen, aber bei einer Online-Diskussion sorgte der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abzweiger, wenn ich das richtig ausspreche, mit einem anderen Zugang für Erstaunen. Der Rechtsanwalt schrieb, dass im österreichischen Recht zwar der Konsum von Suchtmitteln, allerdings nicht der Besitz straffrei sei. Also faktisch ist es so, dass man es schon sehr übertreiben muss, um wegen Eigenkonsum noch vor dem Richter zu landen. So wird das Ganze an die Behörde delegiert. Der Tiroler FPÖ-Chef forderte, das ist eine ungute Lösung, typisch Österreich. Man sollte den Konsum von Cannabis generell entkriminalisieren. Er habe selber in seinem Beruf oft mit der Thematik zu tun und deshalb hat er sich diese Meinung gebildet. Abzweiger stellt aber auch klar, legalisieren will er Cannabis auf keinen Fall. Er will nur entkriminalisieren. Aus fachlicher Sicht ist er gegen eine Legalisierung, bin aber auch gegen eine Kriminalisierung mitunter von suchtkranken Menschen. In Graz steht übrigens noch ein Mann vor Gericht. In Graz wurde am Freitag ein steirischer Arzt wegen mehrfacher Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz verurteilt. Dem Arzt wird vorgeworfen, drei seiner Kinder mit Cannabis versorgt zu haben. Bereits 2019 wurde er wegen Quälens und Vernachlässigens seiner Kinder zu einer bedingten Haft- und Geldstrafe verurteilt. Der Arzt beteuerte seine Unschuld im aktuellen Prozess und behauptete, mit Drogen nichts zu tun zu haben. Die Kinder allerdings des Angeklagten berichteten jedoch, ihr Vater habe ihnen Cannabis angeboten und selbst konsumiert. Der Richter hielt die Aussagen der Kinder für glaubwürdig und verurteilte den Arzt, verzichtete jedoch auf die Verhängung einer zusätzlichen Strafe. Der Beschuldigte erwart sich drei Tage Bedenkzeit, weshalb das Urteil derzeit noch nicht rechtskräftig ist. Noch eine Meldung aus der Schweiz. Der Kanton Polizei Uri gelang Ende August ein großer Fang. Wie nun berichtet wurde, als er einen 45-jährigen Lenker bei einer Durchfahrt durch den Kanton während einer Schwerverkehrskontrolle aufhielten, fielen dem Beamten nicht nur technische Mängel am Fahrzeug auf, denn auch die Ladung des Niederländers hat es in sich. Ein nicht ganz so gutes Versteck für seine Schmuggelware hatte sich der Niederländer ausgedacht. Er versuchte einfach mehr als eine halbe Tonne Cannabis in Dutzenden Fässern in einem Lieferwagen in die Schweiz zu überführen. In 49 blauen Fässern wurden also insgesamt 565 Kilogramm Cannabis entdeckt. Der Lenker wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Uri in Untersuchungshaft gesteckt. Wie Schweizer Medien berichten, die Polizei ermittelt nun und der Niederländer sitzt in Untersuchungshaft. Ja, und dann noch eine Meldung aus Thailand. Der thailändische Premierminister Sreda Tavesin, der hat angekündigt, dass seine Regierung plant, das Cannabis-Gesetz innerhalb der nächsten sechs Monate zu ändern, um den Konsum auf medizinische Zwecke zu beschränken und den Einzelhandel mit Cannabis zu kontrollieren. Diese Ankündigung erfolgte, nachdem Thailand Cannabis in dem vergangenen Jahr entkriminalisiert hatte, wodurch es das erste asiatische Land wurde, in dem Cannabis sowohl für medizinische als auch für Freizeitzwecke erhältlich ist. Ja, die Tourismusbranche begrüßt diese Ankündigung, da die aktuelle Situation mehr Probleme als wirtschaftliche Vorteile verursacht, einschließlich Fällen, in denen Touristen ins Krankenhaus eingeliefert wurden nach übermäßigem Cannabiskonsum angeblich. Hotels und Unternehmen in Touristengebieten unterstützen den Vorschlag, den Cannabiskonsum auf medizinische Zwecke zu beschränken und glauben nicht, dass die Schließung von Cannabis-Geschäften den Tourismussektor negativ beeinflussen wird. Ja, dennoch bleibt unklar, was mit den vielen Cannabis-Sektor-Beschäftigten dann geschehen wird. Sollte das Gesetz jetzt dann wirklich geändert werden? USA. Ureinwohner sind für Marihuana. In einem historischen Referendum stimmte die Eastern Band of Cherokee Indians für die Legalisierung von Freizeitmarihuana auf ihrem Reservat in North Carolina. Dort sind ja ziemlich strenge Gesetze des Bundesstaates gegen Marihuana und der Stamm kann aber innerhalb seines Reservates das selber regulieren. Obwohl die Abstimmung nicht automatisch den Verkauf und Gebrauch von Marihuana legalisiert, markiert sie einen bedeutenden Schritt in Richtung Legalisierung. Der Stamm hatte bereits 2021 den Besitz kleiner Mengen Cannabis entkriminalisiert und medizinisches Marihuana legalisiert. Ja, trotz des enormen wirtschaftlichen Potenzials haben einige im Stamm, darunter Oberhäuptling Richard Sneed, Bedenken hinsichtlich des Tempos der Expansion in der Cannabis-Industrie geäußert. Diese vorsichtige Haltung spiegelt den Wunsch wider, wirtschaftliche Möglichkeiten mit verantwortungsvoller Regulierung und dem Wohlergehen der Gemeinschaft in Einklang zu bringen. Und hier noch ein Hai auf der Weide. Ja, Lamm leicht bekifft könnte das Motto einer Schafherde in Griechenland diese Woche gelautet haben. Denn was für ein Highlight. Die flauschigen Vierbeiner verschmähten das langweilige Gras und machten sich über das satte 250 Kilogramm Cannabis her. Im Versuch einer Flut zu entkommen, fanden die wolligen Ausreißer Zufluchte in einem Gewächshaus und entdeckten dort ihren grünen Daumen. Oder besser gesagt, ihre grünen Zähne. Sie knabberten fröhlich am medizinischen Cannabis, was sie dort vorfanden, und wurden so zu den wahrscheinlich entspanntesten Schafen im Mittelmeerraum. Der Sturm, der ihnen diese ungewöhnliche Mahlzeit bescherte, wüstete in das weiter und sorgte für massive Überschwemmungen von Libyen bis Bulgarien. Ja, der Hirte, der die Schafe besitzt, meinte dazu leicht verzweifelt. Er wüsste nicht, ob er lachen oder weinen soll. Nach Hitze und Flut fressen die Schafe jetzt auch noch das letzte Gras weg. Und er wird auf jeden Fall jetzt mit seinen Schafen weiterziehen. Und ja, ob die wolligen Cannabiskonsumenten jetzt noch auf normales Gras stehen, das bleibt offen. Ja, in diesem Sinne, genießt eure Wiesen schon vor der Flut. Bleibt gesund, lasst einen Kommentar da, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.